Oh Leute, ich bin heute... Zeitlupe, meine werten Damen und Herren, ihr seht es, ich bin ganz schön langsam unterwegs. Denn das hier ist nämlich ein neuer interessanter Simulator, der uns tatsächlich zeigt, wie man richtig schnell laufen kann. Das heißt also, wir müssen irgendwo hindrücken, um Schnelligkeit zu bekommen. Das heißt Leute, ihr seht, wenn ich hier einen Linksklick drücke, dann fange ich schon an, mich ein bisschen schneller zu bewegen. Ich bekomme immer drei Speed pro Klick und das Ganze geht sogar ein bisschen zügiger. Das heißt also, wir müssen hier ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen und dann gibt es noch solche kleinen Ringe. Diese Ringe, die kann man glaube ich aufheben und dadurch bekommt man sechs Speed. Das heißt also, wir können uns unseren Speed nicht nur durch Klicken aufbauen, sondern tatsächlich sogar auch durch das allgemeine Klicken von diesen Sachen. Es hat leider keine Soundeffekte in dieses Spiel, so wie es aussieht. Es gibt nur Musik. Ah, doch, man kann das anmachen, dann hört man das tatsächlich. Okay, gut. Oh, ein Rennenstart, möchtest du beitreten? Oh ja, mal gucken, wie wir uns am Anfang schlagen. Ich würde vielleicht sogar zwei Runden machen. Das heißt also, eine Runde in schlecht und eine Runde in gut, okay? Gut, wir versuchen es. Los geht's! Woo! Okay, ich habe nicht mal den ersten Sprung geschafft. Ha! Wir sind da noch nicht so weit. Also, die Blauen geben uns sechs Speed. Die Roten, die haben uns, glaube ich, zwölf Speed gegeben. Und da können wir jetzt sozusagen ein bisschen was davon lernen. Also, wir müssen auf jeden Fall erstmal gut genug werden, um überhaupt hier mit den anderen mithalten zu können. Es gibt diese Blauen, das war ein Blaues, ne? Ich habe gedacht, das ist sogar ein Lilanes vielleicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall erstmal auf unsere ersten tausend Speed kommen. Aber ihr bemerkt schon, es ist auf jeden Fall schon viel besser als am Anfang. Wir können hier auch übrigens irgendwann mal diesen Salto hier vielleicht mal schaffen. Alle, hopp! Oh, ne, wir schaffen ihn auch nicht. Wir sind auch zu langsam. So, guck mal. Alle, hopp! Nein! Ich will zu langsam. Woppa! Ne, geht auch nicht. Wir haben hier einen Magneten, ne? Uh! Den Magneten können wir verwenden, um alle diese Kreise, die hier in der Nähe sind, aufzusammeln. Das heißt also, manchmal können wir den verwenden, um einfach mal ein bisschen mehr Turbo-Speed sammeln zu können. Und ihr bemerkt schon, wir sind schon über 1000. Wir müssen auf jeden Fall noch checken, wie man das Ganze natürlich noch besser machen kann. Aber, hey! Ich muss schon sagen, wir sind über diese kurze Zeit hinweg, die wir hier gerade dieses Spiel spielen, sind wir schon recht schnell geworden. Und hier steht sogar schon dran, dass wir hier schon mit zwei Rebirths oder 15.000 Speed reinkommen können. Ähm. Man kann übrigens jetzt schon Rebirthen mit 1000. Ah! Okay. Hier funktioniert das Spiel also so, dass man sehr, am besten, ne, sollte man immer so schnell wie möglich Rebirthen. Weil jetzt bekommen wir pro Klick nicht mehr nur noch zwei Speed, sondern wir bekommen vier Speed pro Klick. Okay. Das heißt also, das Rebirthen an sich lohnt sich richtig krass. Okay. Das heißt nämlich, das nächste Mal, wenn wir Rebirthen, ne, dann werden wir auf jeden Fall schon acht Speed bekommen. Das heißt also, pro Klick würden wir immer das Doppelte von dem bekommen, von dem wir jetzt gerade sozusagen das bekommen. Ergibt das Sinn? Ich hoffe mal. Ich schaue nochmal, was es hier noch so gibt. Also, wir haben auf jeden Fall noch Haustiere irgendwo. Das heißt, lass uns mal hier ein bisschen umsehen. Und ich sehe hier, glaube ich, in der Mitte schon die ganzen Haustiere. Und hier kriegt man sogar schon 500 Speed eins. Na, dann würde ich mal sagen, versuchen wir mal hier eins zu bekommen. Let's go! Eins ist da. Komm schon, komm schon, komm schon! Okay! Wir haben einfach ein ganz normales Huhn bekommen. Okay, schauen wir mal rein, was das Huhn so kann, Bro. So, wir haben plus drei Speed Equip. Das heißt also, immer wenn wir jetzt Speed drücken, bekommen wir acht Speed. Okay. Die Haustiere sind auf jeden Fall krass. Das heißt also, es lohnt sich auf jeden Fall, so viele Haustiere wie möglich erstmal zu holen. Das heißt, wir haben jetzt wieder 500. Also, direkt wieder ein nächstes Ei ausgeben. Und alle, hopp! Das ist eine Katze. Super! Das heißt also, wir haben eine Katze und ein Huhn. So, das heißt also, am besten Equip. Dadurch haben wir nochmal eins. Und ich würde... Oh, jetzt bekommen wir pro Klick schon 13 Speed. Sehr, sehr interessant. Oh, und fürs Aufsammeln kriegen wir schon 26. Und jetzt haben wir schon wieder 700 voll. Und da holen wir uns definitiv jetzt erstmal ein drittes Ei. Weil denn dadurch bekommen wir... Oh, ein Baby-Chick haben wir bekommen. Okay. Nice, nice. Ist zwar nicht so selten, aber es ist mal ein gelbes und kein weißes. Deswegen... Oh, okay. Pro Klick 15 Speed. Leute, ich glaube, das kann interessant werden. So, wir sammeln mal hier ein paar Sachen ein. Und zwar mit unserem Orb-Magnet. Oh, den Orb-Magnet muss man sich kaufen für 50 Robux. Ich verstehe. Jetzt sind wir wieder bereit zu Rebirthen. Das nehmen wir auf jeden Fall in Kauf. Denn mit zwei Rebirths können wir nämlich gleich... Zack, erstmal hier das Ding hier holen. Dadurch... Wir kriegen richtig schnell wieder Geschwindigkeit rein. Weil wir nämlich unsere Haustiere A haben. Und ihr bemerkt jetzt auch, pro Rebirth kriegen wir natürlich nochmal extra mehr Speed. Das ist eine coole Sache. Ich kann da vielleicht hier auch mal in das Rebirth-Menü reingehen. Hier steht immer dran, wie viele Rebirths man hat. Und wie viel man für den Rebirth... Für den nächsten Rebirth braucht. Und das hier ist auch nochmal neu. Und zwar kann man hier Earn Double Speed kaufen. Oder Autospeed Tab. Okay, das sieht sehr interessant aus. Wir können Triple Speed sogar kaufen. Okay, okay, okay. Ich würde mal sagen, Leute. Wir müssen uns mal hier ein wenig besprechen. Es gibt hier den Lucky Opener. Es gibt den Auto Rebirth. Es gibt den Zoom Trail für 50 Robux. Was sind die Zoom Trails für 50 Robux? Warte mal, wir schauen uns das mal an. Also, wir laufen hier einfach herum. Und ich glaube, man kann hier irgendwo seine Zoom Trails aktivieren. Da! Man kann sogar schon Trails aktivieren. Guck mal, wir haben sogar einen Trail. Das ist der weiße. Okay, nice. Der sieht schon ganz cool aus. Aber es gibt dann nochmal den gelben, den wir hier haben. Okay, okay. Der ist genauso, aber nur in gelb. Und jetzt fragt sich natürlich, wie sieht der Trail aus, den wir uns gerade gekauft haben? Für 50 Robux. Lass mal gucken. Oh, was? Das sind einfach nur so ein paar kleine Blitze. Das sieht ja gar nicht mal so cool aus, dafür, dass es Robux kostet. Mann, oh Mann. Manchmal lohnt es sich wirklich, keine Robux auszugeben. Irgendeins von denen muss doch auch eine VIP-Welt sein. Ah, das ist die hier. Und ich denke mir, dass ich vielleicht... Oh mein Gott. Guck mal, man kann hier einfach so drüber springen. Da sind die ganze Zeit nur so rote Dinger. Okay, wisst ihr, was wir mal machen? Wir gehen jetzt einfach mal in die VIP-Welt, okay? Wir machen das mal. Weil ich denke nämlich, statt sich Double Speed oder sowas zu holen, ja, können wir... Oh, hier können sie sich einfach so das Speed kaufen. Okay, und dann sind hier die Boosts. Oh, die Boosts, natürlich. Leute, denkt immer da dran. Die Boosts sind meistens immer am wichtigsten, ne? Weil die nämlich immer so ein bisschen günstiger sind. Und ich sehe hier mal 5 für 15 Minuten, ne? Und das holen wir uns auf jeden Fall. Plus nochmal, ich hole mir jetzt nochmal hier das VIP. Dann können wir nämlich durch VIP und durch den Super Boost können wir nämlich jetzt nochmal auf je... Oh mein... 800 Speed? 800 Speed pro Orb? Nein! Oh mein Gott, was? Und wir haben schon VIP über unserem Namen stehen. Leute, wir gehen jetzt mit einem Super Boost und mit VIP... Oh mein Gott. In die VIP-Welt. Was? Das ist die VIP-Welt? Diese VIP-Welt, die sind ja nicht mal VIP. Aber hier gibt es überall nur die schwarzen Orbs. Was eine echt coole Sache ist. Und wir können jetzt sogar vielleicht mal den Magnetenjagd werden. Komm, geben wir mal 50 Robux aus. Und jetzt haben wir den Magneten. Jetzt laufen wir hier einfach mal durch. Und schaut euch das an. Wie wir hier jeden einzelnen Orb aufsammeln. Vor wir jetzt also gleich einen Rebirth starten. Um in den nächsten Rebirth sozusagen zu kommen. Werden wir unser Geld für Haustiere ausgeben. Jetzt warten wir auf jeden Fall, bis wir hier den ganzen Magneten ausgenutzt haben. Weil wir haben jetzt den Boost mit 1600 Speed, kriegen wir hier. Aber ich finde, die VIP-Welt ist ein wenig... Naja, was soll ich sagen? Sie ist nicht unbedingt die hübscheste Welt, die ich jemals gesehen habe. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diese VIP-Welt findet. Ich finde sie nämlich ein wenig... Ich möchte ja nicht unfreundlich sein, aber sie ist ein wenig leer. Jetzt ist unser Magnet ausgegangen. Ich glaube, wenn man den Magnet wieder anmachen möchte, muss man wieder 50 Robux bezahlen. Aber 61.000 Robux reichen auf jeden Fall aus, um uns die besten Pads hier zu holen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, wir machen jetzt einfach mal drei von denen auf. Dann können wir vielleicht... Ach nee, können wir nicht machen, das kostet Robux. Okay, wir öffnen sie nach und nach. Was haben wir da? Wir haben einmal das Blitz-Eck mit dem Officer. Okay, der ist gar nicht mal so unselten. Dann holen wir uns hier den nächsten. Den nächsten. Was haben wir da? Nochmal einen Officer. Okay, doppelter Officer ist schon in Ordnung. Komm schon, ein Seltener muss drin sein. Ein, los! Okay, es ist dreimal derselbe. Okay, nochmal einen. Komm. Bitte. Einen noch. Einen guten. Okay, okay. Den Detective. Den Detective haben wir bekommen. Der hat 15% Chance. Okay. Holen wir uns mal nochmal einen und schauen nochmal kurz rein. Was haben wir da? Was haben wir da? Was haben wir da? Wieder der Officer. Okay. Ich glaube, der Officer, der will ganz unbedingt mit uns sein. Das heißt also... Wow, what? Wie viele haben wir denn hier? Also, wir werden erstmal die hier anequippen alle. Und dann die Officer erstmal alle equippen. Und natürlich auch den Detective. Der hat nochmal mehr Speed. Und dann können wir hier erstmal mit unseren neuen Haustieren loslegen. So. Jetzt gehen wir mal hier wieder rein. Beziehungsweise, warte mal. Wir gehen erstmal hier rein und schalten diese Sache hier frei. So, das haben wir jetzt freigeschaltet. Und gleichzeitig können wir hier einen Rebirth machen. Dadurch können wir jetzt wieder langsam wieder loslaufen mit unserem Speed. Oh, okay. Und das sieht hier nach einem ganzen Parcours aus. Okay. Das heißt also, hier muss man also einen richtigen Parcours laufen, um richtig loszulegen. Der da vorne ist nochmal ein bisschen schneller als hier. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bitte, bitte. Okay, warte mal. Kann ich hier vielleicht so. Und dann so. Oh, perfekt. Okay. Okay. Ihr bemerkt es. Hier muss man schon einen richtigen Parcours laufen. Dafür muss man aber schon richtig Tempo drauf haben. Einmal hier nach rechts. Dann einmal nach links. Dann wieder nach rechts. Dann wieder nach links. Und wieder so. Okay. Also, das sieht schon wirklich ordentlich aus. Wir sind auch die ganze Zeit am Boost sammeln. 23.000 haben wir jetzt gerade durch unsere Pads. Funktioniert sehr schnell. Und ich glaube, wenn wir da am Ende ankommen, kriegen wir schon hier eine neue Welt. Oh, ja, na klar. Das ist die Area 51, oder was? Oh mein Gott. Okay. Warte mal. Schauen wir uns das mal an. Hier gibt es so gelbe Dinger. Von denen bekommen wir 2.400 Speed. Und vielleicht können wir jetzt mal gucken, ob wir unseren ersten Ring schaffen. Woppa. Ah, okay. 4.000 Speed bekommen wir für einen Ring, den wir hier tatsächlich irgendwie durchqueren. Und wir bekommen hier ebenfalls nochmal ein neues Haustier. Und da können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht einen epischen sogar bekommen können. Mal gucken, mit etwas Glück können wir... Oh, ein Pharao bekommen. Na klar. Oh mein Gott. Okay. Das sieht schon ordentlich aus, Leute. Das sieht schon richtig ordentlich aus. Und eine Mumie. Oh mein Gott. 2 Rares auf einmal. Wir haben beide die seltensten bekommen. Niemals. Jetzt kriegen wir nochmal einen seltenen. Nochmal einen seltenen. Oh. Okay. 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 Die sehen schon richtig krass aus. Wir haben all unser Geld ausgegeben. Aber das ist gar kein Problem. Weg mit den alten. Jetzt schnell. 14 Speed plus. 12 Speed plus. Und 11 Speed plus. Ey. Leute. Ich sag euch eins. Das wird jetzt richtig, richtig schön. Oh. 5.100 Speed bekommen wir hier. Pro Sammler mit unserem 5-fach Boost. Das ist schon echt ordentlich. Und ich sag euch jetzt mal was. Okay. Wir gehen jetzt nochmal in den Shop rein. Und wir kaufen uns den Triple Speed. Okay. Triple Speed. Einfach Triple Speed. Und dadurch haben wir jetzt nochmal den 3-fachen Ultra Boost. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Wir bekommen 34. Äh. Wie viel bekommen wir pro Aufsammler? Wir bekommen auf jeden Fall. Ich glaube über 30.000, wenn wir einen Roten aufheben. 45.000 pro einen Roter. Okay. Leute. Das sieht schon echt krass aus. Und wisst ihr, was das bedeutet? Damit wir da richtig, richtig, richtig vorwärts kommen, müssen wir jetzt ein Rebirth nach dem anderen machen. 120.000, Leute. Okay. Wisst ihr, was das bedeutet? Schnell wieder zurück. Und jetzt geht's ab in die VIP-Welt. Es geht jetzt in die VIP-Welt. Das sag ich euch. Wir können hier auf jeden Fall diese Roten nochmal mitnehmen. Und ab in die VIP-Welt. Und jetzt. Ah. Mist. Jetzt bin ich doppelt reingelaufen. Wir müssen definitiv da rein in die VIP-Welt. Und hier jetzt mal ein bisschen Speed aufbauen. Okay. All right. Das sieht schon wirklich krass aus. Warte mal. Wir können uns, glaube ich, schon den nächsten Rebirth holen. Oh Gott. Aber wir sind schon so schnell. Komm. Den nächsten Rebirth. Und ich hab ihn geholt. So. Jetzt nochmal ein paar Mal drücken. Und dann können wir uns gleich nochmal den nächsten Rebirth holen. Mit vier. So. Okay. Den nächsten Rebirth. Geholt. Okay. Warte mal. Den Rebirth können wir ebenfalls füllen. Warte. Indem wir hier ein bisschen herumlaufen. Und der Balken ist voll. Und Rebirth. Rebirth. Okay. Warte mal. Oh mein Gott. Jetzt haben wir einfach nochmal einen Rebirth. Okay. Das sieht schon wirklich krank aus. Leute. Wir machen hier einen Rebirth nach dem anderen. Weil wir so viele Boots drin haben. Das ist krank. Okay. Rebirth. Nochmal ein Rebirth. Okay. Wir bekommen schon über 800 Speed die ganze Zeit. Dadurch bekommen wir übrigens immer neue Trails. Die können wir übrigens auch jetzt gleich nochmal ausprobieren. Uiuiuiuiui. Sage ich euch, Leute. Warte mal. Das heißt, wir haben hier sogar einen lila-schwarzen Trail, den wir jetzt mit uns ziehen können. Und wir werden immer schneller werden. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wir werden beim nächsten Rennen, wenn wir hier jetzt erstmal fertig sind, werden wir mitmachen. Und wir müssen uns definitiv richtig schnell boosten, ne. Damit wir hier bei den Rebirths richtig mitmachen können. Okay, Leute. Das verspreche ich euch. Ich aktiviere jetzt mal kurz meinen Autoklicker. So, jetzt habe ich hier meinen guten Autoklicker aktiviert. Dadurch kann ich jetzt schneller die ganzen Sachen sammeln. Ihr seht es schon. Jetzt muss ich nicht mehr wie so ein verrückter klicken. Falls ihr übrigens auch Robux sparen wollt, könnt ihr euch diesen Autoklicker ebenfalls downloaden. Der ist eigentlich ganz cool. Der heißt Speed Autoklicker einfach. Oh mein Gott. Aber man muss aufpassen. Er klickt manchmal auch einfach so, ohne dass man irgendwas getan hat. So. Okay, jetzt können wir aber schon mal was Neues machen. Und zwar, wir sammeln jetzt mal die ganze Zeit Speed, die ganze Zeit. Gehen mal hier in die nächste Welt rein. Und hier in unserem schönen Sanddünenbereich hier kann man auch vier Rebirths haben. Die haben wir auf jeden Fall. Und können dann damit in den Alien-Bereich reinkommen. Okay, das heißt hier im Alien-Bereich müssen wir dann nur noch diesen kleinen Parcours hier noch fertig machen, ne. Okay, warte mal. Wir laufen hier mal kurz durch. Ich darf auf gar keinen Fall schneller werden, ne. Weil ich nämlich langsam schon die Kontrolle verliere. Aber den Alien-Bereich, den schaffen wir auf jeden Fall auch. Okay. Und jetzt können wir mit den ganzen Rebirths hier ein bisschen durchlaufen. Okay, das hier ist die Schneewelt. Hier gibt es auch noch mal ein paar bessere. Aber die VIP-Welt ist noch mal besser zum Farmen. Hier brauchen wir jetzt 60.000 Speed und sechs Rebirths. Okay. Damit wir hier durch das Pinguin-Level laufen können. Oh mein Gott. Und das Rennen startet jetzt schon. Aber wir sind, glaube ich, noch nicht hundertprozentig. Oh, nein. Oh Gott, ich wurde zurückgeworfen. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt da falsch schlage. Ich denke auch irgendwie ein bisschen, dass ich ein bisschen zu schnell unterwegs bin. Bin mir da nicht ganz sicher. Aber doch, doch, doch. Das läuft hier schon ganz gut. Wir müssen immer nur aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Sonst werden wir... Oh, nein. 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 Was? Okay, okay, okay. Hier muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein. Okay. Hier kann man nämlich ausrutschen in der Eiswelt, so wie es aussieht. Woppa. Oh, 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 oh. Und da sind wir rein. Alter. Was war das denn? Yo, was ist das hier für eine Vulkanwelt? Yo, what? Okay. Wir können hier auf jeden Fall auch ein bisschen Speed sammeln. Wir können hier wieder durch ein paar Ringe springen. Aber ich bin zu schnell für die Ringe, deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen, ne? So, einmal hier durchspringen. So, 66.000 Speed. Für den Goldenen gibt's wie viel? 79.000 Speed. Und für den Roten gibt's, äh, 92.000 Speed. Okay, wir haben schon fast eine halbe Million. Da gehen wir auch nochmal rein. Wir haben ja genug Rebirths. So, jetzt müssen wir hier nochmal die Lava-Welt machen. Oh Gott, das hat sich so gelohnt, die ganzen Rebirths. Oh mein Gott. Das ist richtig schwer. Wenn man ein bisschen zu schnell unterwegs ist, dann muss man hier richtig aufpassen, wie man das macht. Wir müssen auf jeden Fall unsere Trail noch ändern, damit wir hier natürlich nochmal Lava-mäßig unterwegs sind mit diesem roten Trail hier. Okay, seid ihr bereit? Wir springen mal. Okay. Okay, jetzt gebt mir all eure Kraft, Leute. So, jetzt einfach hier durch. Okay. Jetzt auf das Ding drauf. Okay. Das ist viel kürzer. Oh Gott. Okay, das Ding hier ist viel kürzer gewesen als das Eislevel. Das Eislevel beispielsweise, das war viel länger. Und das hier ist wahrscheinlich die Gruselkarte. Und da braucht man 13 Rebirths. Und ich glaube, ja, wir brauchen hier auf jeden Fall nochmal ein paar andere. Okay, 13 Stück müssen wir sammeln. Das heißt nochmal hier ein bisschen die Dinger einsammeln, damit das nochmal ein bisschen fixer geht. Dann gehen wir ins nächste Level, holen uns die besten Haustiere. Und dann mit den besten Haustieren werden wir die Maximumgeschwindigkeit in diesem Spiel erreichen. Weil ich denke, dann sind wir erstmal richtig schön weit vorne. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall weit vorne. Okay, kaufen uns diesen Rebirth hier. Okay, da kommt jetzt noch ein Rennen. Beim nächsten Rennen machen wir dann mit. Wir deaktivieren mal kurz unseren Speedmodus, damit wir immer in der gleichen Geschwindigkeit bleiben. Weil ich nämlich sonst das Gefühl habe, dass wir das hier nicht schaffen werden, wenn wir die ganze Zeit eine andere Geschwindigkeit haben. Noch ein. Oh. Nein, ich glaube, ich habe es nicht geschafft. Kann das sein? Oh Leute, das ist so abgefahren. Okay, ich versuche jetzt nochmal eine Sache, bevor wir hier aufhören. Und zwar, ich gehe jetzt nochmal kurz in die eine Welt, wo wir waren. Dann werden wir die neuesten Haustiere holen. Es gibt nämlich nur noch zwei andere Levels. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Wir werden uns hier erstmal neue Haustiere holen. Und zwar einmal das hier. Und gucken, was da rauskommt. Das ist das Zombie Egg. Und dann müssen wir jetzt gucken, was passiert. Okay, da ist jetzt ein Wizard rausgekommen. Sehr nice. Okay. Dann können wir uns hier gleich nochmal eins kaufen. Die kosten 75.000. Und ich glaube, damit können wir auf jeden Fall besser sammeln. Und da ist ein Rare Piggy. Oh mein Gott, wir haben einen Piggy bekommen. Niemals. 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 Warte mal. Dann hier den Skeleton erstmal weg. Dann den Equipen, den Unequipen und den Wizard Equipen. Oder? Ja. Okay. Das sieht krank aus. Okay. Wir bekommen auf jeden Fall schon mehr Speed. Ja. Wir müssen natürlich noch mehr Speed bekommen. Ich muss mir jetzt nochmal hier einen Boost kaufen kurz. Okay. 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 Und wir können uns sogar ein Rain holen. Und zwar kann man sich hier kaufen, dass einem Orbs drauf fliegen. Oh. Oh. Okay. Ich habe mir jetzt einfach gekauft, dass es regnet. Hä? Was? Oh mein Gott, dass man sich das wirklich kaufen kann. Also da ist auf jeden Fall VIP schlauer. Weil man hat die da die ganze Zeit. Und zwar die Schwarzen, die Besten. Aber ist gar nicht mal so schlecht. Dann hast du immer sehr viele um dich herum. Und kannst sehr viele auf einmal sammeln. Okay. Wir bekommen jetzt aber auf jeden Fall immer 1000 pro Aufheben. Das ist schon mal sehr nice. Und die müssen wir auch beibehalten. Okay, Leute? Das ist ganz wichtig. Wenn wir nämlich gleich bereit sind, ins Rennen mit rein. Und das wird das Rennen sein, wo wir jetzt mitmachen werden. Da machen wir mit. Okay. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen Boost mit rein machen. Okay. Jetzt gucken wir mal, wie gut wir hier werden. Okay. Okay, Leute. Dieses Rennen müssen wir schaffen. Das wird ein Rennen sein. Einfach nur bis da hinten. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Go. Nein. Ich bin direkt runtergefallen. Nein. 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 Ist das wirklich passiert? Oh, nee. Wo sind wir da? Bei circa einer Million. Okay. Damit haben wir eine Million Speed erreicht, Leute. So sieht es dann aus, wenn man rennt. Das ist ganz schön schnell. Man bewegt sich überall hin. Und wir hätten theoretischerweise noch schneller werden können. Aber mit einer Million sind wir auf jeden Fall schon so schnell, dass wir hier auf jeden Fall ein wenig springen können. Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch erstmal gefallen hat. Ich habe hier erstmal ein bisschen rumgelaufen. Und habe mir alles geholt, was es so gibt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao.